Skandalentscheidung der Rentenversicherung. Befristete EM-Rente trotz metastasierenden Krebsleidens. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich kann es Ihnen sagen, wir haben vor kurzem einen Pro Bono Fall übernommen. Ich sage eine Riesenschweinerei, was sich hier die Deutsche Rentenversicherung geleistet hat. Eine Mandantin von uns wendete sich im Rahmen einer Erstanfrage an uns und berichtete uns über ihr Leiden. Sie hat ein metastasierendes Krebsleiden und bekommt derzeit palliative Versorgung. Die Mandantin hat einen EM-Rentenantrag gestellt, hat eine Zeit lang vor dem EM-Rentenantrag keinerlei Einkünfte gehabt, also kein Krankengeld und kein Arbeitslosengeld und hat nun tatsächlich den EM-Rentenbescheid bekommen und war völlig erstaunt, dass sie die EM-Rente eben nicht rückwirkend zum Antragsbeginn im August 2022 erhalten hat, sondern sechs Monate später zum 1. Januar 2023. Und die Rentenversicherung hat oben noch einen draufgesetzt und hat hier die Rente sogar befristet mit dem Hinweis, dass ja nicht auszuschließen ist, dass unsere Mandantin wieder gesund werden kann. Die Daten liegen grob vor. Wir haben Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt und haben der Deutschen Rentenversicherung gesagt, sie soll schnellstmöglich unserer Mandantin eine unbefristete EM-Rente ab Antragsdatum gewähren, denn dann steht ihr nämlich schon ab August 2022 die Rente zu. Unsere Mandantin hat ein schweres Krebsleiden und wird dieses Krebsleiden auf Dauer haben werden. Das heißt also, eine Gesundung ist bei einem metastasierenden Krebsleiden überhaupt nicht mehr zu erwarten. Sie bekommt eine palliative Chemotherapie. Meine Damen und Herren von der Deutschen Rentenversicherung, die dafür zuständig sind, es ist eine ganz grobe Fehlentscheidung von Ihnen, hier in diesem Fall eine befristete Erwerbsminderungsrente auszuwerfen. Meine Mandantin hat Anspruch auf eine unbefristete, auf eine Dauerrente. Wir werden über den Fall weiter berichten und Sie auf den Laufenden halten. Ich sage nur eins, das ist wieder mal eine skandalöse Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.